Der hat den Böller geworfen, den ihr gerade durchgelassen habt, mit dem grauen Mantel, vorne, als sie dort langgelaufen sind. Der hat den Böller geworfen, den durchgelassen. Was ist denn los hier? Ich bin nicht von der Presse. Nein, hören Sie mir doch zu. Ich denke, es ist aus, was Sie zeigen. Ich verstehe. Nen die Presse schmeißt mit Böller hier rum. Das wussten wir nicht. Ich habe es doch gesagt, wir haben nur durchgelassen. Bitte? Ja, nicht. Ja, Sie würden keine Kohle aufzeigen. Ich bin verständlich. Ja, mach aus. Schau mal.